Dieser Premium Isolierbecher für Kaffee und Tee besteht aus einer super Qualität. Er ist doppelwandig mit Edelstahl innen und außen, erfasst 350 ml und hält die Getränke bis zu 4 Stunden warm. Sie bekommen eine 5 Jahre Austauschgarantie. Zusätzliche Merkmale des Bechers sind Auslauf und Spritzschutz. Sie haben eine ganz wunderbare Einhandbedienung und der Becher ist im unteren Bereich so geformt, dass er in jeden Becherhalter in jedem Fahrzeug passt. Der komplette Becher inklusive des Verschlusses ist spülmaschinenfest. Von der guten Qualität dieses Bechers haben sich schon viele Käufer überzeugt und ihre 5 Sterne Bewertung auf Amazon angegeben. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme besteht für den Becher ein 3 für 2 Angebot. Sie bestellen 3 Becher, bezahlen aber nur 2. Bis 4. 8.